hallo herzlich willkommen wieder bei nexer bits und auf dem verlauf ja jetzt wir sind diese virtual laboratorium wir wollen zu biowissenschaften reingehen weil die akzeptieren nicht schon den vaters entscheidend dass wir sind nachfolger und der hat das entschieden ohne das rad zu informieren und will ich jetzt schauen was passiert ich gebe ich diese türen so dass entscheidend sind ja tja hier war nicht viel sie müssen terminiert werden es ist vorbei higgs was hast du jetzt vor uns töten und den schlüssel an dich nehmen nur zu beweise uns dass wir recht haben nach die tür auf das spiel ist aus higgs euer plan ist gescheitert mach jetzt die tür auf nein ich weigere mich und jetzt offenbare dich hast du den verstand verloren lawrence ich mach's ich öffne die tür es ist aus lawrence und du bist ein idiot wenn du das nicht kapiert also wenn du mich nicht erschießen willst geht zur seite damit ich der sache ein ende bereite zukünftige generationen werden sich daran erinnern wächst dafür werde ich sorgen und ziehen wir uns in unsere quartiere zurück bis über unser schicksal entschieden ist wenigstens können wir die konsequenzen erhobenen hauptes tragen und es bleibt wohl nichts anderes so so stimmen wir auch nicht wie ich habe gewartet bravo zugegeben ich hatte schon das schlimmste befürchtet aber ich habe dich eindeutig unterschätzt das schlimmste befürchtet was meinst du damit das schlimmste befürchtet ich wollte einfach nicht dass jemand zu schaden kommt es gibt noch eines worüber wir reden müssen natürlich müssen disziplinarische maßnahmen getroffen werden aber wie die genau aussehen bleibt dir überlassen es gibt keinen grund die sache in die länge zu ziehen ich glaube sie haben ihre lektion gelernt dein mitgefühl und verständnis sprechen für dich ich nehme das holoband wieder an mich ich wollte dir aus ganz persönlicher dankbarkeit auch etwas anbieten ich weiß dass deine arbeit dich oft an die oberfläche führt wo es wenig vorräte gibt ich habe daher diese dinge hier für dich gesammelt du kannst sie bestimmt gebrauchen entschuldigung doktor ja was gibt es sind okay das haben wir eigentlich nicht ich finde ich nein nicht schlecht ich habe gedockt werde schon mal und was sollen wir die nächste mission nehmen ja schon mal Nein. 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 Okay. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Da wird ja nicht schlecht. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich kann ständig mit den verdammten Sniper spielen. Und trotzdem verlierst keine Spiegel. Ich muss sagen, welche Mission habe ich überhaupt noch? Die Mission wird zum Stärken nicht. Einbringling erkannt. Mir ist Zutritt verboten. Ihre Ankunft wurde in der Missionsgesprächung nicht erwähnt. Diese Unregelmäßigkeit wird Justin Ayo gemeldet. Äh. Einbringling. 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 Das ist Sebastian. Das ist Sebastian. Das SCB schickt mich um nach dem Rechten zu sehen und meine Hilfe anzubieten. Mission wird planmäßig fortgesetzt. Hinterhalt auf Railroad Ziele steht. Sämtliche Synths in deren Besitz werden zurückgeholt. Okay. Gehen Sie über die Treppe hinaus. Was? Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Alle Systeme normal. Okay. Okay. Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Gehen Sie... Okay. Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Hi. Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Ja, ich habe mich geholfen. Ich bin nicht geholfen. Die von der zweiten Einheit deaktiviert wird, wie er es ist. Ansonsten, die von der zweiten Einheit deaktiviert wird. Das ist ziemlich gut. Ach, das ist ganz faszinierend. Das ist ganz faszinierend. Die von der zweite Einheit der die vorhandlung. Wenn der drückt ist, dann erstmal ein Punkt heraus werden. Gefehl von X-9, er soll sich glauben, alle Menschen grüßen, die wir verfolgen haben, die wir verfolgen haben. So. Oh, yes! Woo! oh oh mein guter, mein guter, langsamerseits, langsamerseits die die Da ist die Wurzüge mit dem? Oh, das ist mal. Oh. Wegkommen. Bewertung. Sie müssen sterben. Oh, Alter, Alter, Alter. So, weg damit. Jetzt verstehe ich. Sie verstecken sich, weil sie Angst vor dem Tod haben. Sie müssen terminiert werden. Ich muss ihre Existenz beenden. Oh, das ist mein Gott. Ich bedauere, jegliches Leid, dass ich ihr Glück ist. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Sie sollen, genau, ja. Can I use theyfor next, I know? So? Das Tammölle muss hier irgendwo sein. Super! Kann ich irgendwie das hochkriegen? Ja! Passt! Jawohl! Was haben wir da? Das dann? Wir sollen mit einem Terminal aufmachen. Aber Problem ist, wir können das nicht mit Terminal aufmachen. Terminal irgendwo. Oh! Ja! Terminal hin! Terminal hin! Haben wir nur eins! Türen aufschließen! Türen! 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 Woa woa! Wooo! Oh Alter, ich bin nicht bedrohend, ja mein... Alter! Ja, verdient du. Oh mein, wo gehen wir jetzt hin? Oh. Oh. Haben wir alle wirklich besiegt hier! Ja. Gottverdammt! Orgister zu verlieren ist ein schwerer Schlag. War nicht dein Fehler, ich weiß. Carleton will mit dir reden. Hörte sich wichtig an. Diconderoga wurde von Ronan ausgelöscht. Keine Überlebenden. Alle Mann verloren? Verdammt nochmal, das wollte ich nicht hören. Jetzt wird es ein Wettlauf. Können wir die Synths befreien, bevor das Institut uns vernichtet? Wir haben es bis hierher überlebt. Jetzt schaffen wir es auch bis zum Ende. Hoffen wir es. Ohne Taikon fehlt uns das Personal. Wenn du neben deiner Hauptmission etwas Zeit hast, könnten die anderen sicher deine Hilfe gebrauchen. Nun gut! Gut! Yahoo! Ich muss mich teleportieren, ich habe zufrieden, das ist mir klar. Ja, 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 ja. Ich muss kurz in Pause mal. Geh mir again. So, ich hab den Kopf voll. Den gehen wir so lange. Dann muss ich aufbauen. Wahnsinn, ja? So, spring runter. Durch die Tür. Durch die Tür. Ja, ist gut. Jo! Jo! Ja! 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 Ja!